Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Interview der Woche. Ich habe heute eine Einladung bekommen bzw. habe mich eigentlich selber eingeladen bei Jörg Dänigke von der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Herr Dänigke, Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft, wie geht es denn der Wismarer Wirtschaft? Was kommt Ihnen denn so zu Ohren aktuell? Ja, Frau Böck, herzlich willkommen bei uns hier in den Räumlichkeiten in unserem Haus in Gegelow. Ich möchte Ihnen gerne was erzählen über die aktuelle Situation der Wirtschaft in Gegelow bzw. in Wismar, natürlich auch Gegelow letztendlich, aber allgemein der Wirtschaft hier in der Region. Wir dürfen feststellen, dass es in dieser aktuellen Krise, in diesem Lockdown natürlich wieder mal Gewinner gibt, aber auch sehr viele Verlierer mittlerweile. Und die Situation, möchte ich mal behaupten, spitzt sich weiter zu. Problematisch ist natürlich zurzeit, dass Überbrückungshilfen und Hilfsprogramme nicht sofort greifen, sondern immer zeitversetzt erst an die Empfänger ausgezahlt werden. Man kann aber eben festhalten, dass insbesondere natürlich Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel besonders betroffen sind. Andere körpernahe Dienstleistungen sicherlich auch. Friseure, wissen wir alle, dürfen ja mittlerweile wieder ihren Beruf ausüben, aber auch mit Einschränkungen, mit Testpflicht und solchen Dingen. Aber es zeichnet sich das Bild mittlerweile eben etwas dunkler. Die doch sehr lang anhaltenden Maßnahmen dieses Lockdowns zeigen langsam ihre Wirkung, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, die Existenznöte im Grunde genommen auch betrifft. Da wird es gerade nicht besser. Wir hatten ja auch schon mal das Thema Unternehmerlohn im Vorgespräch besprochen. Das ist doch auch was, was fehlt, oder? Dass der Unternehmer überhaupt mal was bekommt. Ja, das ist ja, ich sag mal, die Krux in dieser Situation, dass gerade die Selbstständigen im Grunde genommen sicherlich einerseits Hilfsprogramme nutzen dürfen, sprich Überbrückungshilfe, Soforthilfe. Es gibt auch eine Marktpräsenzhilfe. Mittlerweile ist ja auch sogar ein Rettungsfonds im Gespräch, den Herr Glawe, unser Wirtschaftsminister, ins Leben rufen möchte. Da gibt es aber noch keine konkreten Aussagen zu, keine verbindlichen Aussagen. Aber es ist eben wirklich sehr schwierig, an diese Gelder jetzt auch schnell heranzukommen. Und insofern ist die Geduld natürlich auch bei vielen Betrieben mittlerweile, ich sag mal, am Ende. Also es ist ja auch dieses schöne Wort müdend kreiert worden mal. Also eine gewisse Müdigkeit ist da, aber auch eine große Wut ist mittlerweile vorhanden. Und alle hoffen natürlich, dass wir schnell zu einer Normalität zurückkehren. Nur diese Normalität scheint ja immer in immer weitere Reichweite zu geraten. Es ist nichts mehr planbar. Viele Bereiche, Gastronomie, Hotellerie, schreien ja regelrecht natürlich nach Perspektive. Eine Perspektive, die zurzeit niemand geben kann. Die aktuellen getroffenen Verordnungen der Bundesregierung greifen ja erstmal bis Ende Juni. Bis dahin wird sicherlich das ein oder andere Geschäft, der ein oder andere Betrieb wahrscheinlich die Säge streichen müssen. Sie als Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft haben ja ein unglaubliches Netzwerk. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe im Vorgespräch, ist es ja auch so, dass Sie versuchen wollen, Leuten, die in Schieflage geraten sind, unter die Arme zu greifen. Richtig? Ja, das ist eigentlich mein persönlicher Wunsch auch, dass man versucht, gerade den kleineren Betrieben unter die Arme zu greifen. Dass wir die Möglichkeit anbieten, mit diesen kleinen Betrieben, kleinen Geschäften, Läden, ich sag mal, ein passendes Korsett vielleicht zu stricken, wo wir ihnen einmal vielleicht finanziell helfen können, aber auch beratend tätig werden können. Wir wissen von dem einen oder anderen kleinen Händler auch, dass er auch heute noch nicht mal über einen vernünftigen Google Business Eintrag verfügt. Also auch die digitalen Möglichkeiten online und solche Dinge Social Media gar nicht nutzt. Und mein Interesse ist natürlich auch, dass wir eben bei denen, die jetzt wirklich Probleme haben, schauen, was können wir heute schon besser machen, was können wir in Zukunft vielleicht auch besser machen. Denn letztendlich ist es ja so, wenn wir, ich sag mal, viele oder einige Geschäfte verlieren in Wismar, wenn da Lücken entstehen, dann ist das wie, ich sag mal, ein Brand, der da entsteht im Grunde genommen. Das heißt, die Lücken werden dann irgendwann größer werden. Und wenn wir heute und jetzt nicht reagieren und handeln, dann wird es irgendwann, ich sag mal, das Rad, was da eigentlich rundlaufen soll, bekommt immer mehr Beulen und Zacken und wird irgendwann nicht mehr rundlaufen. Und von daher wäre es eigentlich jetzt an der Zeit, mit diesen Betrieben auch, ich sag mal, ins Gespräch zu kommen. Wir haben da auch schon das ein und andere versucht und auch schon mit dem anderen gesprochen. Also wir stellen jetzt fest, wenn wir mit diesen Geschäften, Betrieben ins Gespräch kommen wollen, dass eine gewisse Zurückhaltung da ist, dass man eher verhalten auf Hilfsangebote reagiert. Man möchte sich sicherlich auch nicht dort selber sicherlich ins falsche Licht stellen und auch, ich sag mal, vielleicht das Scheitern. Der wirtschaftliche Misserfolg möchte man vielleicht nicht zugeben, dass es vielleicht so ist. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir vielleicht auch das ein und andere gute Beispiel jetzt finden, wo wir helfen können, um anderen auch zu zeigen, dass es eben doch anders geht, dass es besser geht. Wie stellen Sie sich denn, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe vielleicht ein Unternehmen, ich kenne vielleicht die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft bisher nicht, aber ich bin jetzt in Wismar oder im Raum ansässig und ich brauche Hilfe. Und ich hätte jetzt nicht das Problem, das auch zuzugeben, zu sagen, bitte, kann ich mich dann an die Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft wenden? Und wenn ich das tue, wie konkret würde denn Ihr Plan aussehen, mir zu helfen? Sie können uns auf jeden Fall als Betrieb kontaktieren und wir werden dann ein Gespräch mit Ihnen führen. Wir werden uns sicherlich einen Überblick verschaffen, wie schwierig die Situation aktuell ist. Was wir konkret anbieten können, ist einerseits finanzielle Hilfe. Da sind wir auch sicherlich darauf angewiesen, inwieweit vielleicht auch andere Betriebe, die, ich sage mal, die Gewinner dieser Krise, da auch unterstützen würden. Ich bin sicher, es gibt eine ganze Menge Betriebe, die sehr gut durch diese bisherige Pandemie gekommen sind und die auch sehr großes Interesse daran haben, dass die Wismarer Altstadt weiter lebendig bleibt. Wir würden, wie gesagt, über diese finanzielle Schiene versuchen zu helfen, aber eben auch beratend. Das heißt, was natürlich so ein Ladengeschäft in Zweifel betrifft. Wie ist dieser Laden im Prinzip gestaltet, aufgemacht? Was kann man da vielleicht auch beim Ladenbau noch verbessern, beim Erscheinungsbild? Auch da sicherlich in Zusammenarbeit mit der Hochschule hier in Wismar. Wir haben die Bereiche Wirtschaftswissenschaften mit Herrn Prof. Wisotzki, der sich auch im digitalen Bereich natürlich perfekt auskennt. Wir haben jetzt gerade den Innovation Port ja eröffnet hier in Wismar, wo wir auch mit unterstützen, auch Sponsor sind. Wir haben ja auch gerade diese Start-up-Kampagne im Dezember durchgeführt und das heißt, wir können auf viele verschiedene, ich sag mal, Fachleute zurückgreifen, die auch mit Sicherheit bereit werden, da und hier zu helfen. Also wir möchten ganz gerne ein passendes Korsett vielleicht für solche Geschäfte stricken und schauen, ob wir da zu entsprechenden positiven Ergebnissen kommen, um eben auch, ich sag mal, ein Beispiel einfach zu zeigen, wie es gehen kann eigentlich, damit wir auch diese Geschäfte zukunftsfähig machen. Meine letzte Frage wäre jetzt, also eigentlich habe ich noch zwei Fragen, vorletzte Frage. Gibt es Hilfe von Seiten der Politik für Ihre, also für Ihre Maßnahmen, die Sie planen? Also für diese konkrete Idee, dass wir jetzt, ich sag mal, Geschäften persönlich helfen wollen, mit Unterstützung von verschiedenen Fachleuten auch, da gibt es bisher noch keine, ich sag mal, definierte, gibt es auch noch, wir haben dieses Thema ja auch nicht weiter thematisiert bisher und auch nicht kommuniziert. Das ist im Prinzip hier das erste Mal, wo es öffentlich wird, sag ich mal, diese Idee. Ich hoffe sehr, dass man natürlich da jetzt auch einen gewissen Zuspruch bekommt, dass sich vielleicht der eine oder andere sagt, okay, ja, ich hätte auch Interesse, ich möchte auch helfen, wie wollen wir es machen? Das müssen wir uns natürlich dann im Einzelfall genauer anschauen. Von der Politik, glaube ich, brauchen wir aber nicht allzu viel erwarten. Man hat sicherlich von Landesseite auch sehr viele Programme auf den Weg gebracht. Ich sagte ja gerade schon, es ist auch ein Rettungsfonds in Planung, aber das dauert natürlich alles teilweise sehr lange. Auch in anderen Bereichen ist es ja ähnlich, dass zwar sehr viel im Grunde genommen versprochen wird, aber am Ende, ich sag mal, demjenigen, der die Hilfe braucht, da kommt es dann teilweise sehr, sehr spät an. Und wir können einfach nicht mehr so lange warten und hoffen, dass eben alle durchhalten. Es werden nicht alle durchhalten, das ist ganz sicher. Es sind auch schon ein oder andere verschwunden aus dem Stadtbild. Es sind noch nicht allzu viele, aber meine Angst ist eben auch, wenn wir nicht da offen drüber sprechen und versuchen zu helfen, dann werden diese Betriebe, die jetzt in wirklich in Not geraten sind, allmählich und leise aber wegsterben. Und dann haben wir die Lücken, die wir nicht haben wollen. Oh, meine Mann. Herr Dienige, ich frage mal zum Schluss ganz gerne, ob es einen Wunsch gibt. Irgendwas für die Zukunft, was Sie sich wünschen würden? Also grundsätzlich wünsche ich mir natürlich, dass die Menschen weiterhin positiv gestimmt bleiben, auch bei all den Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die wir haben. Dass wir in Zukunft vielleicht auch speziell im Einzelhandelsbereich, aber auch Innenstadt, Altstadt, Wismar, dass man da stärker, besser miteinander zusammenarbeitet, dass wir da auch besser kommunizieren. Gerade aus diesem Grunde haben wir auch ganz aktuell gerade eine Arbeitsgruppe gebildet, zusammen mit der Wirtschaftsförderung, wo wir uns eigentlich genau diesen Themen, ich sag mal, annehmen möchten und zusammen mit allen Altstadt-Akteuren versuchen wollen, ich sag mal, auch Ziele zu definieren, Maßnahmen zu ergreifen, um die Stadt einfach, ich sag mal, zukunftsfähiger zu machen, auch noch etwas attraktiver. Ich meine, wir wissen alle, wir haben eine wunderschöne Wismarer Altstadt, die ist natürlich schon mal für sich per se ein echtes Fund, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Aber es fehlen natürlich jetzt die Touristen. Das bedroht natürlich auch diese vielen Geschäfte in der Innenstadt. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen versuchen, dass wir in Zukunft einfach an einem Strang auch ziehen, dass wir die verschiedenen kleinen Gruppen, die es auch schon gibt, es gibt ja noch die Wismarer Lieblinge, es gibt die guten Adressen und noch die eine oder andere Splittergruppe vielleicht mehr, dass wir die zusammen an einen Tisch bringen und tatsächlich, ich sag mal, Maßnahmen zusammen besprechen und auch ergreifen werden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche mir, dass, wenn es weitergeht, dass Sie uns weiter informieren werden, uns wieder einladen werden, dass wir einfach erfahren werden, ja, ob vielleicht auch diesem Aufruf, den wir heute ja im Prinzip starten möchten, Leute gefolgt sind. Indem Sinn, ich drücke Ihnen die Daumen. Von Ihnen verabschiede ich mich, liebe Zuschauer. Und wie gesagt, wenn Sie in Schieflage geraten sein sollten, einen Betrieb in einem Unternehmen haben, melden Sie sich bei der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.